Aber open-end ist auch open-end, ne? Ja. So. Ich bin jetzt die Waffeln weggenommen. Ja! Wie ihr seid schon gelandet. Wie du fliegst noch. Ach, ihr seid woanders gelandet. Cool. Wo bist du denn gelandet? Ein Stück weit da vorne. Da, wo die Gegner auf mich schießen. Ah, bin ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur das Gold. Und der hat eine MK. Ich muss den töten. Ich brauch eine Waffe. Ich hab Munition gefunden. Cool. Da. Da, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Waffe. Ich seh dich nicht. Ah. Dann nehm ich mir die Waffe. Hast du den jetzt gefinisht? Ich weiß gar nicht, wer gerade bei mir war. Ne, ich hab nix gefinisht. Oder kriecht er hier noch irgendwo? Ja. Aber hier ist auch noch irgendwo einer. Ah. Hm. Boah, Alter. Wie weit müsstest du noch wegrennen? Ich bin down. Da hinten. Ja. Ich hab's gesehen. Oh, der ist worden. Wow. Warte, ich... Mach's, mach's, mach's. Mach's nochmal. Entschuldigung. Dankeschön. Bitte, bitte. Oh, der hat ein anderes Pesto genommen. Also, wir sind definitiv noch nicht durch. Die sind auch Gegner. Ich glaub, über mir. Oh. Jetzt hab ich Waffen. Jetzt komm ich zu euch. Hab nur noch kein Blue Life. Och, Mann. Warum sagt mir denn keiner, dass wir null Bauen spielen? Wir spielen null Bauen. Hast du deinen Gegner tot, oder? Den Pader? Mhm. Diesen Unachtsamen hab ich auch tot. War der zufällig auf dem Dach? Ne, der saß hier. Ich dachte gerade, warum rennt dieser Bot mir die ganze Zeit hinterher, aber ich hab den ja nicht vergesen. Mann, bin ich schlau. Ja. Hat irgendjemand ne Leder in der Waffe, die er loswerden will? No, aber hier sind Minis. Und ich hab auch noch ein Biggie für irgendwen. Oh, ey. Oh, ey. Warum sind die Farben so komisch verteilt? Das ist doch ätzend. Ich bin ja das nicht mal beibehalten. Oh, Impala ist gelb. Wow. So, wo war jetzt hier Lila abgeben? Hier bei mir. Ach, da bist du. Ich hab für dich einen Mini-Impala. Ich hab für dich einen Mini-Impala. Oh, ne Lila Havoc. Ne Lila Infrarot-Impala hier. Biggie. Ey, ne MP, cool. Hier sind auch noch Minis-Impala. Die wollte ich ja eigentlich greifen. Dann nehm ich den Med-Nable mal mit. Und wenn du noch einen übrig hast, würde ich den nehmen. Ich bin nämlich bei 45. Oder war das nur ein Mini? Nee. Einer reicht. Aber wenn irgendjemand noch ne Infrarot braucht, ich könnte eine abgeben. Welche Farbe? Grün. Lila ja auch noch. Nicht gesehen. Grün haben wir. Ich überlege, ob ich bei dem schweren bleib. Aber Sniper-Money ist auch immer so rar gesät. Okay, ich komm schon die Infrarot mit. Ja, dann würd ich Sniper-Money nehmen, wenn du noch Sniper-Money hast. Ein Schuss. Ich hab Sniper-Money. Boah, jetzt mein Tier, ich habe Kleider. Was ein Scheiß-Berger. Ich frag mal nicht, wer die Sauber angenommen hat. Ich kann es mir denken. Boah. Ich erschreckt. Da hinten sind Schüsse. Aus West-Nord-West. Relativ nah sogar. Einer down. Auf was hat er geschossen? Ich glaube, aufs Lama. So, im Palatara. Hm? Ich weiß halt nicht, ob wir noch Gegner sind oder ob der auch einen Lama geschossen hat. Der war aber auch nur down. Hier liegt nämlich Lama-Loot. Ein Raptor. Hier ist ein Biggie, falls den jemand mitnehmen will. Oder Roro den trinken möchte. Bin dabei. Ich hab selber einen gefunden. Hat einer von euch einen Boomerang? Ja. Ja. Wenn ihr noch einen findet, sagt gerne Bescheid. Du kannst ihn gerne haben. Ich habe mich jetzt damit ausgedruckt. Jetzt habe ich keinen Spaß mehr. Krass. Okay. Okay. Krass. Ja's. Mhm. oh der bot lol der bot ist in den rift der bot ist aber hier unten geblieben und trotzdem ist von oben was gespawnt ist einfach geklont Wuii! Oh ja. Möchtet jemand ein blaues Havoc Sturmgewehr? Na. Havoc Sturmgewehr ist Mist. Das haben wir irgendwann in der letzten Season kaputtgepatcht. Ups. Hallo. Was ist falsch mit dir, Raptor? Hm. Braucht noch irgendeine AR-Monie? Nö. Die Insel spawnt hier direkt bei uns. Wir sollten mal hier irgendwie ein bisschen auf den Highground gehen am besten. Ich habe ein Zelt gefunden. Ja, damit kann man aber nichts machen. Gut gemacht. Möchte jemand auf die Insel, oder? Ist mir egal. Das war ich. Ich weiß nicht. Gibt es da was besonderes? Ja, irgendeinen mythischen Loot halt, ne? Bei Gegner sehe ich jetzt hier keiner. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob was Schönes dabei ist. Wenn nicht, dann gehen wir halt wieder. Ja. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Uah, Scheiße, 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 Scheiße! So, auf jeden Fall. Und ich renne komplett falsch. Da ist ein Zugang. Warum sagt mir das niemand? Fuck, 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 fuck! Oh, da kam ein Schuss auf mich von irgendwo. Hä, warum habe ich denn jetzt sechs Dingsbooms? Ich geh mal aufs Haus und camp ein bisschen ab. Da unten ist ein Gegner. Oh, komm, ey, du bist One-Shot. Down. Boat. Ich glaube, Klaus hier unten an der Insel auch. Und, was gab's hier Schönes? Oh. Direkt ein Rift bei uns. Vorsicht. Einatz, der runter. Oh. 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 ich komme nicht hoch die haben bot mit hochgebracht ernsthaft mk ist so geil zu spielen einer ist hier im haus hat jemanden boomerang am start ja dann ballert man aus kaputt sei waren hier er hat zwar jetzt kassiert keine ahnung wo der typ hin ist hier unten sehr schön so haben wir noch tränke für mich hier unten sind auch noch welche ich habe ich habe ich habe hier ist noch eine lila infrarot ich lasse meine liegen ich habe eine goldene infrarot Oh, Sniper-Lila nehm ich mit. Brauchst du neue Muni? Nö. Hä? Okay, lol. Ich dachte, ich hätte eben ne goldene, äh... Dings. Infrarot DMR aufgehoben, hab ich aber offensichtlich nicht. Ich muss mal eben testen. Jo. Und ne goldene Infrarot hab ich aufgenommen, die da im Kreis lag, wenn du die meinst. Wenn du willst, willst du eine haben? Ja, passt schon, aber... Guck mal, da liegt ne lila, ne? Hm, warte, hier ne meine goldene. Na, alles gut. Nimm! Wir müssen hier auch langsam weg. Vielleicht den Trisor aufmachen? Nö. Zuhören die Lilane jetzt. Boah, Alter. Ähm... Vielleicht noch jemand nen Bogen? Äh, Gegner. Nein, nochmal ran rein. Von Sommers Waffe, Vorsicht, hier unten. Und wo kam der? Einer kommt, glaub ich, grad mit der Seilbahn. Ich hab keine Seilbahn. In der Fall, also... Der hat nen Bot dabei. Braucht ihr Transformers Waffe? Jetzt kommt einer mit dem Rift. Hillbrack. Der ist hinterm Baum. Der stirbt jetzt an der Zone. Der ist down. Also hier oben auf der Insel, auf der Rückseite ist ein Gegner, so wie es sich anhört. Also da, wo ich markiert hab, waren jetzt grad noch mal mindestens zwei. Vorsicht, im Kraler. Ich seh deine Markierung nicht. Da kommt einer mit... ... mit dem Rift. Ich seh nix. Da drüben war der grad. Ich stehe wieder hinterm Baum. Ja, hier oben. Hab einen. Bin relativ one. Muss man eben einen Trank nehmen. Wir sollten hier eventuell... Oh, scheiße! Shit! Hier ist ein Trinkoli. Oh, Spiel. Hör doch bitte auf, nicht zu ficken, Alter. Ich hasse das. Oh, fuck, hier tickt schon heute. Oh, ich lande hier runter. Ich bin vom Baum gefallen. Oh! Das ist gut. Ich bin one shot, ich bin one shot, ich bin one shot. Oh, nee, da ist auch noch einer. Ernsthaft? Der ist tot, der ist tot. Danke. Ich habe keinen Heel mehr. Ja. Oh, da ist der nächste Gegner. Oh, no. Spielst du zu weit? Einer down. Ich muss meine Waffen nachladen. Ich kann gerade nichts machen, ey. Lonsi, soll ich den Trank runterwerfen? Noin! Ich bin wieder gehe... Ich komme nicht... Oh, Gott sei Dank. Wird gefanischt. Hier auf der anderen Seite sind close welche. Da ist ein Restart-Bus. Hat einer irgendwie was zum Schmeißen? Nee. Anzünden? Leider nicht. Oh, wir müssen noch rüber. Natürlich müssen wir rüber. Ich bin gleich wieder da. Ich habe einen down. Ich habe noch einen. Oh, fuck. Ich habe auch einen down. Nein! Oh, fuck. Ja. Jawohl. Ich habe einen Siegtreffer. Oh, Gott. Was ist da passiert? Alter. Oh, Gott. Danke. Meinб